Willkommen. In diesem Video werden wir uns anschauen, was für ein Mathe-Abi dieses Jahr von Bedeutung sein könnte, beziehungsweise was Neues gibt. Diese Hinweise sind in erster Reihe für die Abiturienten in Baden-Württemberg gedacht. Allerdings könnten sie ganz gut zutreffen auch für Abiturienten in Nordrhein-Westfalen, Bayern oder auch andere Bundesländer. Um ehrlich zu sein, hatte ich eigentlich dieses Jahr nicht vor, irgendwelche Hinweise für die Abiturprüfung vorzubereiten. Der Grund dafür ist ganz einfach. Im Vergleich zum letzten Jahr haben sich die Hauptthemengebiete eigentlich überhaupt nicht verändert. Und die Hinweise vom letzten Jahr haben meiner Meinung nach ganz gut zu der Abiturprüfung gepasst. Aber weil in den letzten Wochen viele Anfragen gab, ob ich auch dieses Jahr irgendwelche Hinweise für die Abiturprüfung hochladen werde, habe ich mir was komplett Neues ausgedacht. Wir werden uns jetzt die Themen aus den zwei Haupt- und Nachttermine des Jahres 2021 genauer anschauen und feststellen, wo es meiner Meinung nach ein paar Überraschungen gab und diese Überraschungen teilweise anhand von ausgewählten Beispielaufgaben klären. Wir werden als erstes uns eine kurze Übersicht über den Aufbau der Abiturprüfung anschauen, so dass sich jeder im weiteren Verlauf dieses Videos orientieren kann. Also, in der nächsten Reihe gibt es den Pflichtteil. Das ist der Teil ohne Hilfsmittel und ohne Taschenrechner. Und hier habt ihr die drei Themengebiete Analysis, analytische Geometrie oder Vektorgeometrie und Stochastik. Außerdem gibt es den Wahlteil. Hier habt ihr den Taschenrechner und die Merkhilfe zur Verfügung. Und hier gibt es auch diese drei Themengebiete Analysis, analytische Geometrie und Stochastik. Allerdings hauptsächlich im anwertungsorientierten Bereich. Wir fangen natürlich mit dem Pflichtteil an, und zwar mit den vier Analysesaufgaben. Für den Anfang schauen wir uns kurz den Haupttermin an. Wie ihr anhand des Aufbaus schon erkennt, es gab letztes Jahr ausnahmsweise zwei Sätze Aufgaben in dem Pflichtteil. Der Grund dafür war ein Corona-Bonus, sozusagen für die Schüler. Also die Lehrer konnten entweder den ersten oder den zweiten Satz auswählen. Das ist, soviel ich weiß, dieses Jahr nicht mehr der Fall. Dieses Jahr kriegt ihr einfach circa eine halbe Stunde länger auf die Abiturprüfung drauf. Der erste Satz Aufgaben enthielt dieser Themen. Und der zweite diese. Bitte habt Verständnis an dieser Stelle, dass ich nicht jedes Thema vorlesen werde. Sonst wird dieses Video nicht mehr beabsichtigt, 10 bis 15 Minuten dauern, sondern zwei Stunden. Deshalb, wenn ihr Interesse, könnt ihr zwischendurch ruhig auf Pause drücken und euch in aller Ruhe diese Themen durchlesen. Ich werde, wie bereits erwähnt, nur auf die besonderen Sachen eingehen. Und dafür schauen wir uns jetzt erstmal noch die Themen aus dem Nachttermin an. Und zwar, im ersten Satz Aufgaben gab es diese Themen und im zweiten diese. Also, was gab es denn jetzt Besonderes? Und zwar in erster Reihe diese zwei Aufgaben. Die sind jetzt nur im Nachttermin aufgetaucht. Sie waren vom Aufbau auch relativ ähnlich. Und es war zum ersten Mal in den letzten Jahren, dass eine Sachaufgabe bezüglich momentaner Änderungsrate und Integral im Pflichtteil aufgetaucht ist. Einer dieser Aufgaben werden wir uns auch gleich ein bisschen ausführlicher anschauen. Außerdem ist relativ oft im Vergleich zu den letzten Jahren, vor allem im Pflichtteil, die Integralfunktion aufgetaucht. Da muss man zum Beispiel bildlich solche Eigenschaften kennen, wie die Tatsache, dass die untere Grenze bei der Integralfunktion immer eine Nullstelle vom Schaubild ist. Und es gab noch eine kleine Besonderheit. Und zwar, Symmetrie ist noch im Pflichtteil aufgetaucht. Aber nicht in einfacher Form, sondern man musste tatsächlich die Symmetrieansätze aus der Merkhilfe auswendig kennen, um sie im Pflichtteil anzuwenden. Bis jetzt war die Überprüfung von Symmetrie nur ein Thema im Wahlteil und man hatte halt immer die Ansätze in der Merkhilfe. Wie bereits erwähnt, schauen wir uns jetzt eine dieser Aufgaben bezüglich Änderungsrate und Integral ein bisschen genauer an. Das hier ist sowas wie ein Gedächtnisprotokoll für diese Aufgabe. Aber keine Sorge, ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis. Und ich werde jetzt erstmal kurz den ersten Teil dieser Aufgabe überfliegen. Also, die abgebildete Funktion f und t beschreibt die Änderungsrate der Wassermenge in einem Tank. Wobei t die Zeit in Minuten ist und f und t im Kubikmeter pro Minute angegeben wird. Teilaufgabe a verlangt von uns, dass wir begründen, dass in der ersten sechs Minuten die Wassermenge in Tank nie abnimmt. Um diese Aussage zu begründen, müsst ihr euch eigentlich nur erinnern, welche Bedeutung eine momentane Änderungsrate in Sachzusammenhang hat. Das heißt, hier in diesem Sachzusammenhang, wenn es um die Wassermenge in einem Tank geht, bedeutet die Tatsache, dass die momentane Änderungsrate hier über der x-Achse liegt, in dem Bereich von 0 bis 6, ich glaube ganz gut erkennbar, die Tatsache, dass die Wassermenge in Tank nie abnimmt. Also sie wird bis zu der sechsten Minute nur zunehmen. Wie ihr merkt, werde ich bei dieser Aufgaben auch keine ausführliche Lösung präsentieren, sondern nur lediglich ein paar Lösungshinweise geben, die euch das Leben einfacher machen sollten. Und genauso machen wir es auch bei der Teilaufgabe b. Ich überfliege wieder kurz die Aufgabenstellung. f, also die Funktion f, die abgebildet ist, ist gegeben durch folgenden Term. Im abgebildeten Zeitraum beträgt die maximale Wassermenge im Tank 11 Kubikmeter. Berechne die Wassermenge im Tank zu Beobachtungsbeginn. Okay, die erste Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, zu welchem Zeitpunkt man überhaupt eine maximale Wassermenge im Tank hat. Naja, das haben wir eigentlich schon durch die erste Teilaufgabe geklärt. Wir haben gesagt, bis zu der sechsten Minute kommt Wasser rein. Das bedeutet hier, genau an dieser Stelle, in der sechsten Minute, werden wir eine maximale Wassermenge haben. Gut, diese maximale Wassermenge kennen wir. Beträgt 11 Kubikmeter. Deshalb müssen wir jetzt nur noch herausfinden, wie viel Wasser zwischen der 0. oder zwischen Anfangszeitpunkt und der sechsten Minute reingekommen ist. Die Menge an Wasser entspricht dann genau dieser Fläche zwischen Kurve und X-Achse. Also das könnten wir durch ein Integral ausrechnen. Ausrechnen und dann einfach von der maximalen Wassermenge von den 11 Kubikmeter abziehen. Dadurch hätten wir die Wassermenge zu Beobachtungsbeginn. Als Ansatz könnte man das hier benutzen. Und zwar von der maximalen Wassermenge ziehen wir einfach das Integral von 0 bis 6 von dieser Funktion f von t dt ab. Also wenn ihr das jetzt ausführlich ausrechnen würdet, dann hätten wir die Wassermenge zu Beobachtungsbeginn raus. Der nächste Abschnitt im Pflichtteil sind die zwei Vektorgeometrieaufgaben. Bei dem Haupttermin haben wir einmal beim ersten Aufgabensatz diese Themen und beim zweiten diese. Nach Termin gab es diese und diese Themen. Was ist jetzt besonders daran? Naja, erstmal ein bisschen unerwarteter Pflichtteil war das hier. Allerdings nicht die Tatsache, dass man die Schnittgerade zwischen drei Ebenen bestimmen muss, das ist schon öfters in den letzten Jahren vorgekommen, sondern dass das Ganze noch mit den weiteren Parametern zusammenhängt. Also man müsste sich relativ gut auskennen mit der Lösbarkeit von linearen Gleichschusssystemen. Außerdem, was mich ein bisschen überrascht hat, ist die Anwendung im Pflichtteil des Einheitsvektors. Das ist auch schon mal in den letzten Jahren mal hier und da vorgekommen. Deshalb wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ihr die eine oder andere Sache im Zusammenhang mit dem Einheitsvektor wiederholt. Sonst gab es eigentlich hier nichts Besonderes, was nennenswert ist. Deshalb gehen wir jetzt zum letzten Abschnitt des Pflichtteils und zwar Stochastik. Bei diesen letzten zwei Aufgaben im Pflichtteil gab es im Haupttermin beim ersten Aufgabensatz diese Themen und bei zweiten diese. Im Nachttermin diese Themen und diese zwei. Also, was gibt es denn hier Neues zu berichten? Naja, in erster Reihe das. Normalverteilung ist ein neues Thema, was erst seit 2021 dabei im Leerstoff ist und es kam tatsächlich auch in der Abiturprüfung dran, als eine sehr leichte Aufgabe, meiner Meinung nach. Allerdings nur im Nachttermin. Es ging darum, anhand einer Gauschen-Glocken-Kurve in der Lage zu sein, Erwartungswert und Standardabweichung abzulesen, sowie ein paar Kästchen zu zählen, um eine Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten Bereich unter der Gauschen-Glocken-Kurve zu bestimmen. Außerdem gab es noch diesen Aufgabentyp. Bei beiden ging es um Ziehung mit oder ohne zurücklegen, wo man eine unbekannte Anzahl von Kugeln bestimmen muss. Es ist jetzt kein neuer Aufgabentyp, allerdings sind das meistens nervige Aufgaben und deshalb schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer an. Und das hier wäre die Aufgabenstellung. Ich überfliege sie kurz, allerdings könnt ihr auch auf Pause drücken und in Ruhe alleine durchlesen. Also, eine Urne enthält 10 Kugeln. Jede dieser Kugeln ist weiß oder schwarz. Es befinden sich mehr schwarze als weiße Kugeln in der Urne. Aus der Urne werden zwei Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine weiße und eine schwarze Kugel gezogen werden, beträgt 16,45. Bestimme die Anzahl der schwarzen Kugeln. Also, wie geht man bei solchen Aufgaben überhaupt vor? In S3 müsst ihr euch trauen, diese unbekannte Anzahl der Kugeln mit einer Buchstabe zu ersetzen. Zum Beispiel, wir beziehen uns auf die schwarzen Kugeln und wir sagen, es gibt x schwarze und dadurch gibt es 10 minus x weiße Kugeln. Also, insgesamt sind ja 10 Kugeln, deshalb haben wir dann 10 minus x weiße Kugeln. Zweitens wäre es nicht verkehrt, wenn man sich das Ganze anhand des Baumdiagramms vorstellt. Ich habe jetzt das Grundgerüst schon mal hier aufgestellt. Und wenn wir insgesamt 10 Kugeln haben und x davon schwarze sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit am Anfang eine schwarze Kugel zu ziehen natürlich x durch 10. Für die weißen ist es dann entsprechend 10 minus x durch 10. Jetzt müsst ihr nur darauf achten, dass es eine Ziehung ohne Zurücklegen ist. Das bedeutet, bei der zweiten Ziehung hätten wir dann diese Wahrscheinlichkeiten für die schwarze und die weiße Kugeln im ersten Fall. Und bei dem zweiten Fall, wo wir eine weiße Kugel gezogen haben, kämen dann diese Wahrscheinlichkeiten in Frage. Anhand der Aufgabenstellung interessieren wir uns dann für die Wege in diesem Baumdiagramm, wo eine weiße und eine schwarze Kugel gezogen werden. Es gibt zwei davon, also einmal das hier, schwarz-weiß und einmal natürlich weiß und schwarz. Und diese Wahrscheinlichkeit können wir verallgemeinert in Abhängigkeit von x verrechnen. Also x-Tel mal 10 minus x durch 9 plus noch die Wahrscheinlichkeit für den anderen Weg. Dadurch ergibt sich eine Bruchgleichung und das Ganze soll anhand der Aufgabenstellung 16,45 sein. Ich will jetzt nicht an dieser Stelle die Gleichung lösen, darum geht es ja auch nicht. Übrigens nur mal so am Rande, man könnte auch durch probierende Zahlen die Lösung hier an dieser Stelle rauskriegen, weil so viele Zahlen zwischen 0 und 10 gibt es ja gar nicht, die Sinn machen. Allerdings könntet ihr natürlich auch die Gleichung lösen. Ein paar Hinweise vielleicht dafür. Guckt zu, dass ihr die Terme links zusammenfassen tut und dann die Brüche eliminiert. Danach kriegt ihr eine quadratische Gleichung raus, die ihr mit der Mittenachsformel lösen könnt. Damit hättet ihr dann die passende Anzahl der schwarzen Kugeln. Und jetzt sind wir endlich im Wahlteil gelandet. Wir fangen natürlich an mit der Analysis und zwar den Haupttermin. Mit der ersten Aufgabe, die zur Auswahl stand. Das sind die Themen, die dort aufgetaucht sind. Und es gab nur minimal Besonderheiten, zum Beispiel die Tatsache, dass es mal wieder eine Extremwertaufgabe dabei war. Allerdings war sie gar nicht schwer, weil man musste nicht zu Ende ausrechnen. Man musste lediglich die Zielfunktion für die Berechnung aufstellen. Außerdem, was mich ein bisschen überrascht hat, es gab grafische Verkettung im Zusammenhang mit der Ableitung. War eigentlich keine schwierige Aufgabe, nur ungewohnte Aufgabe. Und die letzte Aufgabe, wie fast jedes Jahr, ist was Besonderes. Es klingt halt einfach, Wendestellung und Steigung. Allerdings war eine relativ komplizierte, anwendungsorientierte Aufgabe. In der zweiten Aufgabe, die zur Auswahl stand, gab es diese Themen. Und das waren mehr oder weniger alle Standards, was man auch von den letzten Jahren kennt und erwartet. Integralfreier Term und Integralfunktion im Saftzusammenhang ist ein Thema, was immer wieder auftritt und was man auf jeden Fall geklärt haben soll von der Abiturprüfung. Sowie Funktionschar. Also da war in diesem Fall nur Nullstellen waren zu berechnen und ein bisschen was mit Integral- und Tangentenprobleme. Im Nachtermin, bei der ersten Aufgabe, gab es diese Themen zum Auswahl. Und neben das Standardszeug, was immer dabei ist, gab es eine Teilaufgabe mit einer Integralgleichung. Ein Integralgleich bedeutet, das sind eins oder mehrere Integrale, wo Unbekannte zwischendurch dabei sind. Und man muss praktisch diese Unbekannten bestimmen. Und das Besondere daran waren diese Gleichungen, dass es mehrere Integrale waren und man diese Gleichung mit Integralregeln zusammenfassen müsste zu einem Integral, so dass man am Ende nach der Unbekannten auflösen kann. Also auch Integralregeln, also die Art und Weise, wie man passende Integrale zusammenfassen kann, wäre dann an dieser Stelle interessant mal zu wiederholen. Außerdem gab es noch natürlich Funktionsschaden mit Punktprobe, Nullstellen und ungemeinsame Punkte ausrechnen. Und eine Aufgabe, wo man Wendepunkte ausrechnen muss. Das Wort extrem dahinter bedeutet, dass diese Aufgabe sehr kreativ war. Also erwartet bei dieser letzten Teilaufgabe keine Standardaufgaben, sondern eher Aufgaben, wo ihr wirklich eure mathematische Kreativität benutzen müsst. Bei der zweiten Aufgabe war mehr oder weniger auch viel Standardzeug dabei. Bei Funktionsschaden gab es wieder gemeinsame Punkte, um eine Tangentengleichung aufzustellen. Und außerdem gab es noch eine sehr interessante Aufgabe, wo man eine E-Funktion aufstellen muss. Diese Art von Aufgabe habe ich schon lange nicht mit der Abiturprüfung gesehen. Und weil ich sie so interessant fand, bin ich jetzt der Meinung, dass wir uns das Ganze auch ein bisschen genauer anschauen sollen. Die Aufgabe ist relativ kurz oder der Ausschnitt aus dieser Aufgabe, was ich jetzt hier abgetrippt habe. Ich überfliege sie kurz. Für eine Funktion ist die zweite Ableitung gegeben mit E hoch minus X. Der Graph der Funktion besitzt im Ursprung einen Tiefpunkt. Bestimme einen Funktionsterm von F. Die Fragestellung sagt eigentlich schon, was zu tun ist. Wir müssen einen Funktionsterm für die Anfangsfunktion klein f bestimmen. Das Besondere an dieser Aufgabe ist die Tatsache, dass dafür die zweite Ableitung gegeben ist. Also die hier. Das heißt für uns, wir müssen die zweite Ableitung zweimal integrieren, um auf klein f zu kommen. Also, einmal integrieren bringt uns natürlich zu der ersten Ableitung und allgemein lautet die Gleichung minus E hoch minus X plus eine Konstante C am Ende. Und wenn wir das Ganze nochmal machen, dann landen wir tatsächlich bei der Anfangsfunktion. Allerdings taucht hier, wenn wir den Term integrieren, noch eine weitere Konstante D auf. Das bedeutet, diese Funktion, die wir suchen, besitzt zwei unbekannten C und D, die anhand der Aufgabenstellung bestimmt werden müssen. Dafür brauchen wir sogenannte Randbedienung. Und die liefert uns der Tiefpunkt. Anhand der Aufgabenstellung geht ihr durch den Ursprung. Und das bedeutet, eine Randbedienung würde dann lauten, F von 0 ist gleich 0. Das ist sowas wie eine Punktprobe. Außerdem, die Tatsache, dass es ein Tiefpunkt ist, bedeutet das, dass die Steigung an dieser Stelle 0 ist. Deshalb die erste Ableitung an der Stelle 0 ist gleich 0. Diese zwei Randbedienungen nutzt ihr dann in f' und f' und damit kriegt ihr die passenden Werte für C und D raus. Die zweite Wahlteilaufgabe bezieht sich auf analytische Geometrie. Und auch hier schauen wir uns zuerst die Haupttermine an. Also die erste Aufgabe, die zur Auswahl stand, beinhaltete diese Themen. Das einzige, was wirklich hier besonders war, war das hier, Abstand, Punkt, Ebene. Und zwar, da hat man die hessische Normalform gebraucht, was eigentlich nichts Gewöhnliches ist. Aber es war eine Umkehaufgabe. Zur Erinnerung, das waren Aufgaben, wo der Abstand schon gegeben war. Und man eine unbekannte innerhalb der Ebene oder innerhalb des Punktes bestimmen muss. Bei der anderen Aufgabe gab es ja diese Themen zum Auswahl. Und auch hier gab es eine Umkehaufgabe. Und zwar für die Winkelberechnung diesmal. Also, das bedeutet, der Winkel war gegeben. Und innerhalb der Winkelformel hat man wieder eine unbekannte, die man durch das Lösen dieser Gleichung, die man aufstellt, bestimmen muss. Außerdem gab es noch Ebenenscharen, was immer häufiger in den letzten Abituprüfungen vertreten war. In diesem Fall musste man eine Schnittgerade berechnen und ein paar extra Fragen beantworten. Bei den Nachtterminen gab es bei der ersten Aufgabe diese Themen hier. Und hier gibt es einiges zu erwähnen. Zum Beispiel Ebenenscharen, Orthogonalität mit Gerade überprüfen. Oder auch Ebenenscharen, Schnittgerade berechnen. Und was noch besonderer ist, Abstandpunkt Ebenenscharen als Extremwertaufgabe. Diese besondere Aufgabe werden wir uns auch gleich genauer anschauen. Außerdem gab es tatsächlich auch wieder ein neues Themengebiet, was erst ab 2021 wieder dabei ist. Und zwar ein vektorieller Beweis. In diesem Fall handelt es sich um ein Orthogonalitätsnachweis, was relativ einfach war. Bei der zweiten Aufgabe gab es diese Themen. Und hier war nur interessant die Tatsache, dass Abstand windschiefer Geraden vorkam. Aber man musste unbedingt anhand der Aufgabenstellung die längere Methode mit dem Laufpunkt benutzen. Und bei der letzten Teilaufgabe gab es ein Verfahren zu beschreiben, wo es darum ging, die Länge eines Kreisbogens zu bestimmen. Das bedeutet, das ist nur ein Abschnitt von einem Kreis bei einer Rotationsbewegung. Das war auch eine besondere Aufgabe, aber auf diese will ich jetzt nicht genau eingehen, weil ich bin der Meinung, dass solche Aufgaben einmal in 15 Jahren auftauchen. Allerdings, wenn ihr zufällig auf diese Aufgabe stoßt, einen kleinen Hinweis. Denkt bitte an die Formel des Umfangs. Die hilft auf jeden Fall bei der Berechnung der Bogenlänge. Und außerdem spielt noch der Mittelpunktwinkel des Kreissektors ebenfalls eine wichtige Rolle. Und jetzt schauen wir uns diese Extremwertaufgabe in Verbindung mit Abstand.ebene ein bisschen genauer an. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Bestimmen den größten Abstand, der der Punkt B, der gegeben ist, von einer Ebene der Schar EA haben kann. Also in erster Reihe geht es um Abstand.ebene. Da solltet ihr sofort an die hessische Normalform denken. Zweitens ist der größte Abstandsproblem gesucht. Und das fasst darauf hin, dass es eigentlich eine Extremwertaufgabe ist. Also, dass wir letztendlich für dieses Abstandsproblem ein Maximum suchen. Oder, anders formuliert, wir müssen eine Zielfunktion aufstellen, in Abhängigkeit von diesem A, und für diese Zielfunktion dann das Maximum bestimmen. Die Zielfunktion kriegen wir raus, indem wir die hessische Normalform benutzen. Das würde dann wie folgt aussehen. Also, ich habe jetzt oben einen Zähler bei dieser Formel, dieser Punkt in die Ebene eingesetzt, für x1, x2 und x3. Und nun den Nenner, wie hoffentlich bekannt, die Länge des Normalvektors berechnet. Das Ganze kann man noch ein bisschen zusammenfassen. Ich habe jetzt den Zähler und den Nenner ein bisschen zusammengefasst. Und es geht natürlich auch noch einen Schritt weiter, sodass am Ende das hier rauskommt. Das hier ist unsere Zielfunktion. Und für diese Funktion müsst ihr jetzt ein Maximum bestimmen. Oder ein Hochpunkt. Naja, das heißt, einmal oder zweimal ableiten an dieser Stelle. Und hoffentlich wisst ihr, wie man einen Hochpunkt zu berechnen hat. Einen Hinweis hätte ich allerdings noch an dieser Stelle. Die zweite Ableitung würde wirklich nicht schöner aussehen. Deshalb empfehle ich bei der Überprüfung des Maximums eventuell das Vorzeichenwechsel zu benutzen, statt die zweite Ableitung. Und jetzt sind wir endlich bei dem letzten Wahlteilgebiet gelangt. Zuerst die zwei Aufgaben in den Haupttermin. Also bei der ersten Aufgabe gab es im Haupttermin einmal diese Themen. Was besonders dabei war, war die Tatsache, dass es zwei Teilaufgaben mit neuen Themen gab. Einmal das hier, Normalverteilung mit WDR. Und man musste zusätzlich noch ein bisschen die Eigenschaften der Gausschen Glockenkurve kennen. Und dann Normalverteilung mit WDR, wo man durch Probieren mit dem Taschenrechner einen passenden Erwartungswert bestimmen muss. Das ist so ein bisschen wie dieses Problemlösen mit Binomialverteilung, das ihr schon seit Jahren kennt, wo man N, P oder K bestimmen muss. Bei der zweiten Aufgabe waren das die Themen. Und hier gab es eigentlich keine Überraschung oder ähnliches, außer dass jetzt eine spezielle Aufgabe zur Auswahl der Nullhypothese vorkam. Was ich eigentlich nicht erwartet habe, war auch eine relativ einfache Aufgabe. Und bei dem linkseitigen Test, was gang und gäbe ist die letzten Jahre in der Abituprüfung, gab es sogar den Fehler zweiter Art zu berechnen. Dieses kleine Thema ist neu seit 2021 dabei. Im Nachtermin, bei der ersten Aufgabe, gab es eigentlich nichts Besonderes, bis auf die Tatsache, dass die letzte Teilaufgabe ein zweiseitiger Hypothesentest war. Das war auch einer der neuen Themen ab 2021. Die zweite Aufgabe fand ich persönlich deutlich interessanter. Es hat alles angefangen mit einer Normalverteilung, dann eine binomialverteilte Aufgabe. Und zwischendurch hat man sogar die Normal- und Binomialverteilung in eine Aufgabenstellung gemischt. Allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Satz von Mois, Vanu, Laplace, wie man es erwarten würde, sondern einfach als normale binomial- und normalverteilte Aufgaben, die zusammenpassen. Zum Schluss gab es noch ein weiteres neue Themengebiet, und zwar die Eigenschaften der Dichte-Funktion, in Zusammenhang mit einem Integral, wo man einfach ein Integralgleich und Abhängigkeit von einem Parameter lösen kann. Und genau diese letzte Teilaufgabe wollen wir uns auch ein bisschen jetzt genauer anschauen. Der Grund dafür ist nicht der Schwierigkeitsgrad, sondern einfach die Tatsache, dass es was Neues ist im Vergleich zu den letzten Jahren. Ich überfliege kurz die Aufgabenstellung, untersuche, ob es einen Wert für t mit t größer 0 gibt, für den die Funktion f eine Dichte-Funktion über dem Intervall 0 bis t ist. An dieser Stelle muss man sich eigentlich nur daran erinnern, dass eine der Haupteigenschaften von Dichte-Funktionen daraus besteht, dass das Integral für diese Funktion in den angegebenen Bereichen natürlich immer 1 sein muss. Das würde dann entsprechend so aussehen. Und das Einzige, was ich hier empfehlen kann, um eine komplizierte Rechnung zu vermeiden, ist eine kleine Integralregel. Und zwar, wenn ihr Konstanten mit mal einer Funktion verbunden habt, dann dürft ihr beim Integral diese Konstanten immer vor dem Integral ziehen. Dann, das Ganze würde dann so aussehen. Und jetzt könnt ihr euch voll und ganz auf diesen Integral konzentrieren. Erstmal den Wert hier ausrechnen, dann wieder einsetzen und entsprechend nach t umformen. Ich hoffe, dass euch diese kleine Zusammenfassung ein bisschen weiterhelfen konnte und wünsche euch viel Erfolg. Wenn bedarf, spezielle Hinweise für die Abiturprüfung 2022 für alle Themengebiete im Pflicht- und im Wahlteil sowie Mathe-Tutorials zu allen hier erwähnten Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.